Hallihallöchen und willkommen zurück auf der Insel der Antike. Jeder Dorfbewohner träumt jetzt von einem solchen Haus. Ja, damit haben wir ein neues, äh, ein neues Level bzw. eine neue Quest beendet. Ich muss mal ihn ganz schnell hier runter, sehe ich gerade. Nein, oh, nein, Mann, hör auf hier. So, nämlich bevor hier gleich, äh, Pins und Kunster gleich, äh, anfangen, irgendwo hinzugehen. Was haben wir denn hier? Oh, Marmorfjord. Gab's ein kleines Update, würde ich fast sagen. Man erkennt jetzt so ein bisschen ein paar Sachen besser. Was ja recht nice ist, würde ich jetzt behaupten. Alter. So. Willkommen an einem schönen Freitag. Vormittag. Mittag. Und wir sind jetzt hier mal ein wenig The Tribus am Spielen. Damit wir auch da mal so ein bisschen was geschafft kriegen. Tü-tü-tü. Na, bleibt hier stehen. Rufen. Rufen. Anfrage senden. Weh, da kommt jetzt ein Error. Ne, kommt hier. Rufen. Den Rugen können sie rufen. Naja, das sind so billige Sprüche. So, zack. Zack. Und wiederum zack. Tapp-tah-tah-tah-tah. Was ist das und das? Sehr wunderschön. Finden sie da mal ein Alchimilabor. Ach so. Alchimilabor ist woanders. Zack, 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 zack und zack. So, schauen wir mal hier rein. Was denn hier so zu Marken wäre. Na toll. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Jambor ist glücklich, dass du diesen Schiff gesehen hast. Ein Lichtlein über die Insel. Ich dachte nie, ich hätte ein Ereiniger in einer echten Abenteuer sein können. Achso. Künstliche Verbindung. Alfa, Bravo, Charlie. Schließen die vergessene Küste. Würde ich ja gerne hinkommen. Komm ich aktuell nicht. Erkunden. Ah, wir können es erkunden. Geil. Was auch immer das denn da ist. Was können wir? Kauf ein neues Gebiet. Das auch? Oh, da habe ich gar keine Kohle für. Ich bin arm. Ich bin noch ein armer kleiner Mann. Ein armer kleiner Häuptling. Ich bin ein armer kleiner Häuptling. Okay. Okay. Du musst es später versuchen. Yo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aber ein bisschen was essen. Was Essbares ist auch dabei. Das ist doch schön. La. La. La la la. Oh. Das Steuerbüro hat sich ein bisschen geändert. Das sieht ein bisschen anders aus. So. Das ist auch eine Quest. Die sollten wir auch mal weitermachen. Weiterverfolgen. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun ist. Bitte. Geh ruhig. Ja. Da können wir auch nicht weitermachen. La la la. Ja. Ach so, warte mal. Da fehlen. Aua. Hund. Geh weg. Ach, da fehlen uns jetzt. Nää. Nää. Hund gehst weg. Haben wir nicht irgendwo in der Tasche noch ein bisschen, äh. Jetzt knabbert mein Hund mich an. Äh, oder unsere Hündin. Ist natürlich jetzt nicht so feine Sache. Das ist natürlich doof. Das ist so doof. Ja, dann machen wir erst mal Geld. Und so ein Kram. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Da können wir immer noch, ähm... Schauhen. Hauen. Und dann schauen. 20k ist ja auch... Ein bisschen 30k ist ja auch gut. Hier können wir gar nichts mehr machen aktuell gerade. Äh... Ich hab nur noch drei Leute. Ah, 16k. Ist besser als gar nichts. Komm. Komm mal. Lass mal gelten, wa? Da, 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 da... Da, 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 da... Da, 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 da... Da, da, da... So. Hier müssen wir auch noch hin. Super. Ja, hab ich jetzt verstanden. Hab ich doch verstanden. Ja. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Das so, da haben wir auch schon. Lala. Lalalalalala. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Alter, ist das laut. So, wir müssen uns auch mal langsam Gedanken machen, echt, dir größer zu werden, alles. Okay, da brauchen wir echt noch einiges. Da müssen wir echt noch einiges machen. Einiges. Bam, 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 bam. Miau Katze. Die Mau Katze. Oh, viel Fressi, Fressi haben wir auch nicht mehr hier. Sehe ich gerade. Ah, müssen wir ein bisschen... So ein bisschen aufpassen. Da, 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 da. So, schauen wir mal. Meine Maus ist am Ende angelangt. Das ist doof. So. Ist ärgerlich, aber geht nicht anders. Was würden denn hier so... 20 Minuten, komm. So. Hier nochmal so ein bisschen was hin. Hier nochmal ein bisschen was hin. So, und dann haben wir das erstmal. Weil, äh, wir müssen dann weiter. Garm ist voller Küste. Lol, 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 lol. Alles klar, hab ich verstanden. Alles klar, hab ich verstanden. Achso, war ja gar nicht mehr die Frage. Ah, hat sich ein bisschen was geändert hier, ne? Ist das so? Jo, 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 okay. Ja. Erstmal war hier, äh, gemütlich. Jetzt werde ich nämlich echt noch bescheuert. Okay. Jo, 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 jo. Da werde ich noch bescheuert. So, hier müssen wir auch nochmal ein bisschen was erkunden. Ja, 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 ja. Ja, die kommen jetzt alle nach und nach. Das ist ein bisschen nervig jetzt. Wir warten mal eben ganz kurz ab hier. So. Lala. So, was haben wir denn hier noch, äh, so zu tun? Ich bin ein Geschirrladen. Langfristiges Geschäft. Äh, 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 äh. Ich hab schon fast keine Leute mehr. Was jetzt auch nicht unbedingt, äh, so das, äh, prickelndste ist. Wo denn? Ach, da. So, wir haben aber hier so'n, ne? Ja, genau. So'n Menschen da rumrennen. Haben wir. Och, wunderschön. Kieke mal einer an. So, dann gehen wir direkt zum, äh, Antol der Ahnen. Das Antol der Ahnen, will ich ja schlagen. So. Zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Ach so, ich dachte, die Alte meckert würde. Okay. Mach dir jetzt was. Das war mir klar. Hör mal, muss die immer meckern. Die meckert immer mit uns. Okay. Es gibt keinen Tag, wo die nicht mal mit uns meckert. So. Mehrfamilienhaus finden. Können wir sogar upgraden schon. Machen wir auch. Zack. Die Kapazität könnten wir auch erhöhen. Die auch. Das sind schon die höheren Lager. Machen wir jetzt auch nach und nach. Weißt du, wir erhöhen jetzt hier einfach alles, was wir so erhöhen können. Damit das auch mal weiter geht hier. Lala. Wir machen hier alles. Auch dieses und jenes. Okay. Das ist aber der Kloppi, die Kloppmann dort. Das ist aber Kloppi, die Kloppmann. Das sag ich dir. So, 32k. Geil. So, gar nix. Nicht so geil. Okay. So, wir gehen noch mal zu, äh, hier, äh, zum, 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 zum Verschicken. Charon, ja, ruf, verschicken, das ist ja nicht schon bekann. Ich habe Picken übrigens gesagt, ne, falls da irgendwelche Fragen aufkommen sollten. So, zack. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Berg vor Land, wo die kleinen Geister wohnen. Geister, Geister, Geister. Okay. Töre. Tritra, trulala. Der Töre ist wieder da. Ja, Entschuldigung. Etwa nicht beabsichtig. Mussten wir auch mal echt demnächst hier wieder alles buchen bauen und schöner machen und besser machen und klasser machen. und alles machen. Weil so geht es nicht weiter. Lalalala, lalalala. Lalalala, lala. So, lass mal kicken. Was haben wir denn hier noch? Wo kriegen die her? Wo kriegen die her? Ach so, Insel der Antike. Okay. Da, fehlt mir noch genug Kohle. Einiges. Einiges vieles. Toll. Könnte mal einer hier in den Geist? Wir wissen nicht, was mit dem zu tun ist. Danke. Hab ich selber. So. Kostet schon wieder 3K, aber. Ich mach das so erstmal. Okay. Yo, yo, yo. Machen wir das erstmal so. Lalalala, lala. Lalalala. Lalalala. Damit da auch genügend Kohle reinkommt, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Wir müssen ja auch genügend Geld verdienen. Anders macht das sonst keinen Sinn. So, zack. 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 Lalalala. 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 Hauptsache, wir haben immer so ein paar beschäftigt. Das ist, äh... Das war Wichtigste. Das war Wichtigste. Zack. Wir haben alle am Arbeiten. Das war schön. So, noch der unbarnen Erde. Dadam, dadam. Da, da, da. Ja, wir müssen auch unsere Nachbarkeit besuchen. Das war sie auch. Käse. 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 Karte 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 Wunderschön Alter Das gibt Erfahrungsbokel Das gibt Freude Das gibt alles So Dam 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 Zack Hammer So ich mach hier sonst erstmal nichts mehr Weil wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf Ähm Die Quests zu Beenden etc Lalala Peppelin Mangobaumhull auf Würde ich machen Oder fehlen uns Fisch und Eier Fisch und Eier Achso Quatsch Hä was ist das Ist das Baumenü jetzt anders? Krass Das Baumenü sieht ganz anders aus Erstmal wieder dran gewöhnen Ich weiß gar nicht wann das ein Update gekommen ist Ich will ja ganz Feuer und Flamme So Geschenke Mir schenkt keiner was oder was? Das gibt's nicht Ah ist jetzt so nicht So Babsi Ness Kathleen Halt die Klappe man Daniela Alexandra Elvira Peustra Peustra Petra So zwei kann ich noch machen Zwei kann ich eigentlich noch machen Zack So Ich hätte mir eigentlich lieber gewünscht Ähm Dass ich auch noch das ein oder andere machen könnte Aber scheinbar Darf ich nicht oder kriege ich nichts geschenkt Was ist da los bei euch Freunde? Hm? Bin ich euch nicht gut genug? Sagt es mir Was habe ich euch getan? Hat nicht Ne Sieh ich gar nicht ein Ich zeich noch nichts dafür Bin bescheuert Tatăn Dam, dam, dam. Achso. Das ist schon beendet. Dam, dam, dam. Kataline. Oder Kathleen. Kataline. Kataline. Jetzt bin ich besser. Klingt auch viel richtiger. So. Oh, die Natti, der hat hier Zauberstaub für uns. Da, 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 da. Sollte man auch immer bei sich beitragen? Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Ich hab da nur gesagt, ob man bei sich beitragen sollte. So. Die Alexandra, die hat gefrorene Lava da bei sich. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Lavaglas? Hieß es Lavaglas? Das ist Lavaglas. Lavaglas, genau so hieß es. Oh, da sind wir auch schon wieder am Ende, hier. Dam, dam, dam. Hallo? Komm. Nicht einschlafen hier. Schieb dir eine auf die Food. Boah, keine Batterien, Mann, mehr. Ich weiß nicht, wo hin mit den Batterien. Bitte lass das. Keine Batterien mehr. Haben wir nicht. Ja, will ich eigentlich nicht ausgeben. Haben wir auch nicht. Alles gut. Ach, Mann. Ich gar nicht. Ich muss mich erst mal an das neue Menü gewöhnen. So, Marmorfjord. Da müssen wir mal eben wenigstens die Kiste holen. Da ist das laut. Gut. So, wir machen das mal eben hier raus. Zack. Kiste. 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 Da ist sie. Wow, ein Kamm. Da kam ich nicht hinüber. Dann machen wir den Lila-Riesen-Regen vor allen Dingen. Vielleicht hilft mir ja jemand. Einladung verschickt. So. Aber ich kann sie auch zweimal einladen. Geht auch. Entschuldigung. Ne. Sieh ich nicht ein. Vielleicht habe ich ja nette Freunde, die helfen mir. Freunde. Hab ich denn gerne Freunde. So, wie gesagt. Äh, ne. Ich spiele über Windows 10. Hier über die App. Windows 10 App. Und wer mit mir spielen möchte, der muss mich einfach nur adden auf Facebook. Damit habe ich mich nämlich unter anderem verbunden. Aber wir können nur zusammenspielen. Eben halt, wenn du auch ein Facebook-User bist. Und eben halt, äh, auch Windows 10 benutzt. Okay. Okay. Nein, den haben wir nicht mehr. Mist. Was kam denn da nach? Der ist die schöne Dien. Ich weiß es nicht mehr. Fische. Bam, bam. 24 Prozent haben wir schon selber gelöst. Was eigentlich recht nice ist. Wenn uns da jemand auch helfen würde bei. Besonders wir brauchen das ja alles. Ist das Schlimme ja da dran. 19 Aktionen haben wir jetzt genutzt. Das ist die letzte. Schaffe natürlich nicht 100 Prozent. Wir schaffen keine 100 Prozent, leider. 94 Prozent haben wir geschafft. Das heißt, 91. Vielleicht ist ja einer unserer Nachbarn so gütig. Und, äh, hilft uns den Rest. Oder er ja auch profitiert. Und, äh, dann eben halt bestimmte Sachen, äh, damit erledigt. Was ist denn Wettbewerbskarte? Wettbewerbskarte. Achso. Okay. Ja. Ja, Mai, haben wir jetzt auch fertig. Oder auch getan. Gut. Freunde, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Fürs, äh, glücklich sein. Und, äh, für euren jahrelangen Support bei The Tribus, wo wir jetzt mittlerweile eben halt auf der Windows 10 wieder spielen. Bei Windows 10 haben wir übrigens angefangen, sind dann nachher nach Facebook und haben komplett neu angefangen. Und, äh, ja, was soll man sagen? Wir sind jetzt wieder auf der Windows 10 App gelandet. Und diesmal haben wir Freunde. Wir haben Freunde endlich. Ich bin so glücklich. Naja, gut. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Und, äh, ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Euer Joddy. Und, äh, euch ein schönes, äh, Wochenende noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.